Willkommen zurück zur weiteren Folge. Minecraft ist in der Folge 508 und ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind, was wir vorhatten und was nicht. So, wir sind aber dann, denke ich mal, am Dach da dran, beziehungsweise da gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, wir können auch nochmal gleich googeln. Äh, was die Bienchen sagen, die nochmal was ein bisschen brauen, ein, zwei, drei, vier, genau. So. Genau, jetzt müsst ihr nur hier weg, dass ich hier raus kann. Sehr schön. Sehr schön, gut. Dann können wir mal gucken, wir brauchen Holz. Wir brauchen wieder sehr viel Holz. Das reicht nicht, nur hier das Holz zu nehmen. So viel Holz haben wir gar nicht. Holz, Holz, also Pasteks auf jeden Fall. Dass wir, dass wir das bauen können, was wir brauchen. Die müssen wir haben in ein paar Sticky Lines. Genau, wir brauchen uns auch gar nicht so hoch graben, wie bei den Spruce Bäumen. Denn die sind ja nicht so hoch. So, was haben wir denn jetzt? Eins Deck 22, 23. Ja, genau. Guck mal, da ist auch ein Eisengulen. Der könnte doch bestimmt mal hier in die Richtung laufen. Genau, das wollte ich. Genau, das wollte ich. Da ist immer noch so eine, warum trocken hier denn mehr Sticks wie alles andere? Ich will die Zapplings haben, keine Sticks. Genau, zwei Stück habe ich immerhin schon mal. Immer auch mal hinsetzen. Die wachsen ja eh nicht, wenn sie, wenn sie groß, wenn sie nicht zu fit dastehen. So, dann haben wir jetzt unser, unsere Wand. Genau, die wird nämlich genau so entstehen. Können wir die auch? Ne, können wir nicht, aber wir können tatsächlich dann so bauen. Ne, das nicht. Und genau so hier ein Holz setzen. Perfekt. So, genau. Und hier müssen wir so bauen. Und wer hätte gedacht, dass er so bleibt? Der liegt falsch. Denn wir müssen hier die alle. So, rechts klicken, genau. Ganz genau. Und weil wir ja noch ein bisschen mehr Holz brauchen, müssen wir erstmal Zapplings einsammeln. Erstmal Zappling ist so 5. 7, jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch einen. Dass wir wieder quasi bei 0 rauskommen. Sehr gut hier. Ist ein Stick, ne? Ne, Sticks brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir nämlich genau wieder quasi 0. Also, so ein Zappling. Guck mal, da ist auch ein Zappling. Da ist nicht schlecht. Ach, sogar noch einer. Dann ist es ja schon mal gut, wenn wir schon mal zwei Setzlinge in Plus sind. Das kann man dann nämlich so beibehalten. Ich kann nur nachts schlafen. Das ist schön. Das will ich aber nicht. So, dann geht es hier weiter hoch. Genau einmal nach hier hinten. In der Hoffnung, dass wir alle kommen, nicht hoch. Aber wir können hier auch den Lüben. Genau, hier können wir hoch. So, so, so und so. Hier kommt nämlich, der kommt nämlich noch gesetzt. So, genau und da können wir hier schon mal so zapp, 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 genau so ganz viele. Hier können wir auch schon mal ein paar Bäumchen, ein paar Zahnen setzen. Genau so auch. Und bis dahin, genau das heißt, wir können hier auch alles so setzen. Der kommt auch außen hin, genau das passt schon mal. Und dann gehen wir schlafen, wunderbar. Dann können wir schlafen gehen. Sehr gut. Und hier können wir eigentlich auch schon mal so eine Art, warte mal, der kommt nicht so gesetzt, sondern so. Und dann haben wir auch schon wieder kein Sprucewut. Aber wir haben noch ein Zapp, sehr gut. Kein Sprucewut, aber ein Zapp, komm, wachs doch schneller. In der Zeit können wir hier mal gucken. 58. Wir gucken, wir sind schon wieder zwei Eisengolems. So, schiebt euch da rein, genau. Zwei Stück, die Blume nehmen wir noch mit, sehr gut. Wenn der Baum nicht gewachsen ist, bis dann können wir erst noch mal kurz zu den Bienen reingehen. Können gucken, was da so ist und los ist und was da so abgeht. Ja, im Wasser ist doof zu fliegen, ich weiß. So, wir brauchen 15, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann die Spitzsäcke in die Hand nehmen, genau. Das müssen schon alle gewesen sein, tatsächlich. Hallo, danke schön, lässt mich hier raus, genau. Sehr gut. Oh, guck mal, war ein bisschen gewachsen. Dann können wir gerade noch mal. Und das letzte Holz holen, also nicht das letzte, aber ein bisschen Holz holen. Was jetzt hier so ein bisschen fehlt, ist Haste, wobei eigentlich gar nicht so viel schneller, wir müssen gar nicht so viel schneller mit Haste. Von daher, wir haben jetzt, guck mal, wir nehmen uns dieser 40 Blöcke abgebaut, also 40 Holz quasi. Und können uns dann hier so eine Treppe machen, dass wir hier so hoch können, brauchen wir aber gar nicht mehr. Doch, wir müssen hier noch, ich wollte schon gerade sagen, es ist einfach ein toter Fisch. Hier müssen wir, also wir müssen halt sehr viel, sehr, sehr viel Holz abbauen. Nämlich hier das Ganze, hier muss ja alles mit Logs quasi zugesetzt werden. Hey, hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Dir gefällt das Video, dann lass doch einfach eine positive Bewertung da, unter dem Video. Oder kannst auch gerade einen Kommentar schreiben. Oder, wenn dir der ganze Kanal gefällt, dann lass doch einfach ein Abo da, das ist gar nicht schwer. Du musst einfach nur runterscrollen und auf Abonnieren drücken. Und dann kannst du alle Videos von mir angucken und verpasst keins mehr. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, bekommst du eine kleine Mitteilung. Und dann kannst du dich schon mal gespannt an die Folge setzen. Dankeschön. Genauso muss das zugemacht werden. So, der muss da hin. Und die müssen ja dann auch alle noch gerechtsklickt werden. Genau so, dass das ein bisschen mehr anders aussieht. Ganz genau so. Und hier kommen ja dann auch nochmals Bruce rein, die auch gerechtsklickt werden müssen. So, was haben wir denn? Eins, zwei, drei. Ja, du bist immer noch hier, ne? Ich werde mit dir aber nicht handeln. Tut mir leid. Das wird wohl nix. Das wird wohl nix. So, jetzt müssen wir eigentlich nur warten, dass wir mehr von denen kriegen. Aber wir können ja derzeit mal ganz kurz nochmal rüber gehen. Können gucken, was unsere Eisenfarben so bringt. Das können wir echt mal gucken. Da waren wir nämlich schon etwas länger, nicht mehr. Können wir auch hier schön gucken. Hier so schön. Hallo. Nö, 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 nö. Hier so schön rüberfliegen. Eine sehr schöne Sache ist das hier. Und da können wir zurückfliegen. 42. Ja, nehmen wir mal mit. Wir können ja gerade das Eisen in Scheren verwandeln. Ui. Oh, schade, ganz knapp. Ganz knapp nicht geschafft. Ja, ganz knapp nicht geschafft, schade. Genau, die drei auch noch. Und hier haben wir noch einen. Ja, den setzen wir schon mal dahin. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst auch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis denn. Ciao, Leute.